El Torcal, Andalusien, 1. Januar 2017. Es ist jetzt 9 Uhr, die Sonne geht im Osten, wie man sieht, hinten auf langsam, mal ein Schwenk übers Land, schöne Musik. Hier ist El Torcal, links. Das ist eine Riesenwand, da kann man auch gut fliegen mit dem Gleitschirm, da werden wir ja demnächst mal fliegen. Ich komme gerade vom Kaffee trinken in La Ayoja und jetzt fahre ich Richtung Antequera. Herrlich, herrlich, diese Wand. Und das war's.